Musik Es ging eigentlich, also wir haben ja so in der Schule mal so Prüfungen schon mal durchgegangen und da war eigentlich jetzt diese Prüfung einfacher als die, die wir schon gemacht haben. Am schwierigsten fand ich die Schreibaufgabe, aber das liegt glaube ich an mir. Das ist nicht so meine Lieblingsaufgabe. Meine französische Lehrerin hat mich vorbereitet im Unterricht, so eine Art Nachhilfe gegeben. Französisch ist eine der meistgesprochenen Sprachen auf der Welt und sogar in Europa. DELF ist wirklich ein Trumpf für jede Situation. Im Austausch, im Praktikum und später für das Studium und auch für den Beruf. Musik Wir sind für unsere, ja in der Stadt eben auch ein Gymnasium, was sehr gerne angewählt wird. Und ich denke, dass der Stellenwert der zweiten Fremdsprache Französisch bei uns unheimlich gewonnen hat. Die DELF-Prüfung ist für uns ja etwas, ja eine Erfolgsgeschichte. Inzwischen sind die DELF-Übungen ja in den Lehrbüchern integriert. Also von der siebten Klasse an können wir mit den Schülern im Unterricht DELF, das DELF vorbereiten. Das ist sehr, sehr einfach geworden. Es ist sehr gut gelaufen, bloß manche Sachen hat man halt nicht so gut verstanden. Aber sonst war es eigentlich total schön, es hat Spaß gemacht. Das ist so ihre erste eigene Prüfung auch und so, wo sie selber sagen, okay, ich kann das. Ich habe schon die erste Prüfung gemacht und das ist für mich jetzt so der Beweis, jetzt geht es Schrittchen für Schrittchen weiter. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020